so zum neuen jahr habe ich mir ein neues mikrofon gegönnt herzlich willkommen in meinem video heute geht es darum wie kriege ich diese chromkappe auf diesen schlüssel zunächst einmal klappen wir den schlüssel auf wir greifen einmal hier in die falz und reißen einmal auseinander so hier sehen wir schon eine schraube sitzen die diesen griff hält wir nehmen dazu einmal den talks 6 und schrauben hier einmal auseinander wo ich ganz raus drehen und können somit einmal abziehen wir nehmen jetzt einmal die chromkappe schieben es genau einmal so drauf packen die schraube darauf das gleiche einer rückwärts ach passt die schraube ist zusammen jetzt können wir einfach den deckel wieder zusammen setzen und was ich noch ein bisschen für die optik mache ist einmal hier dieses silikon gehäuse auf diesen schlüssel zu ziehen so ist es einmal geschützt und sieht auch optisch schon ein bisschen besser aus ja link zu den ganzen klamotten die chromkappe haben das silikon case und dieses kleine tool das ich mir für ein paar groschen gekauft habe stelle ich nachher in die video beschreibung ein viel spaß damit